Ein netter Lebenslauf. Seid ihr sicher, dass ihr bereit seid, Eltern zu werden? Ja, natürlich, Baby. Oh, ich meine Baby Boss. Kylie, lass sie rein. Hallo, ich bin Kissy, aber du kannst mich Mama nennen. Und das ist ein Adoptionsgeschenk. Wir werden zusammen spielen und Spaß haben. Hm, ist das alles? Nein, das wird nicht funktionieren. Aber warum? Was haben wir falsch gemacht? Ich setze mich nicht einmal auf diesen Müll. Kylie, zeig ihnen die Tür. Ja, Boss. Raus, schneller. Nicht schießen. Oder gib das Geschenk zurück. Die Zeit ist um. Boss, gefallen dir die neuen Ausstellungsstücke? Danke, Kylie. Mit solchen Gesichtern wird dir niemand Geld geben. Der Nächste. Mr. Baby Boss, wir kommen aus dem Unterwasserkönigreich. Komm zur Sache. Schatz, bitte. Ich liebe Gold. Mal sehen, was drin ist. Hm, lass es uns probieren. Das ist die Milch einer Seekuh. Hm. Hat es ihm nicht geschmeckt? Ihr wolltet mich vergiften? Dann stecke ich euch in die Flasche. Hab ich euch. Kylie, füge Mini-Aquarien mit Meerjungfrauen zu unseren Geschäftsideen hinzu. Die Dinosaurier gehören der Vergangenheit an. Schau dir das an. Hilfe. Lasst uns gehen. Fertig. Kylie. Der Nächste. Warte einen Moment. Geh nicht weg. Wer ist der Nächste? Oh, ist es frei? Ich brauche nur eine Minute. Stopp. Zuerst die Kontrolle. Baby Boss muss sicher sein. Ich hoffe, du verstehst das. Okay. Was ist das? Willst du den großen Baby Boss vergiften? Warte. Du hast das ganz falsch verstanden. Schumtick. Wo ist sie hin? Nicht bewegen. Ah. Lass los. Ist das das Fledermaus-Signal? Ich kann es nicht glauben. Ist er das? Diese Stadt braucht einen neuen Helden. Er ist so cool. Führe mich. Wow. Er ist unglaublich. Keiner kann mir widerstehen. Oh, das ist wahr. Mr. Boss, du hast Besuch. Na, hallo. Erzähl uns von dir. Meine Entwicklungen werden es besser machen. Einzigartige Technologien. Wir holen das Auto in Verbindnis mit dem Bahnhof. Willst du nur herumspielen? Warte einen Moment. Wir fangen an zu pumpen. Sieht nicht sehr zuverlässig aus. Und Spaß macht es auch nicht. Was? Kein Spaß? Was ist damit? Ein voller Tank. Genug. Warum so ernst? Joker? Da bist du also gewesen. Weißt du überhaupt, mit wem du dich hier anlegst? Der Joker schlägt jede Karte, besonders eine kleine wie dich. Jetzt macht das Ganze noch mehr Spaß. Okay, wir sind definitiv nicht auf dem selben Weg. Hey, du hast nicht auf den Boss gehört. Mach ihn fertig. Bitte nicht. Tut mir leid, Süßer. Das Wort des Chefs ist Gesetz. Kylie, die nächste. Ich liebe dieses Outfit. Einen Moment, Boss. Komm rein. Geh mir aus dem Weg. Hey, stell dich hinten an. Hör ab damit. Ich bin die Erste. Du wirst nicht bestehen. Entscheidet euch jetzt, wer die Erste sein wird. Oder ich habe eine bessere Idee. Einen kleinen Test. Das ist olympisches Windel wechseln. Du kannst anfangen. Nur einer wird bestehen und zum Chef kommen. Was? Das ist ja eklig. Das soll wohl ein Witz sein. Wenn du bereit bist, lass uns anfangen. Fang an. Okay. Oh, das stinkt. Ich habe eine Idee. Das wird bestimmt helfen. Oh, es hat nicht geklappt. Hey, Vampir, versuch es mit den Stöpseln. Die entfernen den Geruch. Oh, danke. Ich werde es versuchen. Eins, zwei, fertig. Oh, das brennt. Fertig. Schauen wir uns deine Arbeit an. Super. Du kannst reingehen. Der Chef wartet schon auf dich. Komm rein. Oh, da bist du ja. Ich habe schon so viel von dir gehört. Dein Tee, Baby-Chef. Nimm ihn weg, sofort. Bist du wahnsinnig geworden? Ach, diese Amateure. Du kannst anfangen. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Ja, ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Aber versuch nicht, mit mir zu spielen. Natürlich nicht. Deine Milch, Baby-Boss. Endlich. Was kannst du also tun? Oh, es macht so viel Spaß, mit mir zu arbeiten. Und meine Hände sind eine echte Attraktion. Es reicht. Okay, Mama, letzter Test. Auf dem Teppich. Was hat er vor? Redet er mit mir? Das ist komisch. Du hast fünf Sekunden Zeit. Okay, okay, bitte beruhige dich. Was kommt jetzt? Jetzt will ich reiten. Danke, Kylie. Los, Pferd. Ich hätte fast das Geschirr vergessen. Gutes Pferd. Gutes Pferd. Nur nicht dritten. Oh, so eng. Komm schon. Was für ein cooles Rodeo. Schau, ich bin der König der Welt. So gut, dass ich diesmal nicht das Pferd bin. Los, Pferd, los. Okay, stopp. Du kannst ein Stück laufen. Au. Was für ein Galopp. Ich ziehe den Hut. Kylie, was ist das? Du hast nicht mehr viel Zeit, Baby. Ich bin fast da. Dieses Mal wirst du definitiv nicht entkommen. Na und? Komm raus. Da bist du ja. Hab ich dich. Kylie, steht sie auf der Liste? Wer zieht los? Nicht so schnell, Baby Boss. Vielleicht werde ich dich los. Ich habe genug Werkzeuge dafür. Fangen wir mit der Axt an. Oder soll ich dich in zwei Hälften teilen? Netter Satz. Kylie, wach auf. Wach auf. Warum bezahle ich sie überhaupt? Plan B. Funktioniert der auch nicht? Hallo Leute. Hälft mir, Kylie aufzuwecken. Like dieses Video und dann habe ich genug Ladung. Lasst uns das zusammen machen. Nach fünf Minuten, Mama. Lass uns Gas geben und die Leistung erhöhen. Ich brauche mehr Likes. Oh, wie ich sehe, hast du dir wirklich Mühe gegeben. Viel besser. Kylie, wach auf. Hä? Was für ein starker Zug. Boss, hör auf. Bitte. Ah. Raus hier. Was ist das? Bitte hör auf. Okay. Ich zeige dir die Tür. Guck schon. Aber ich habe keine Zeit um. Ist schon gut. Auf Wiedersehen. Puh, sie ist so eine Nervensäge. Die Spinnenfamilie. Ihr seid die Nächsten. Der Chef wartet auf euch. Du oder ich. Ist doch egal. Lass uns zusammen gehen. Okay. Ich bin Kylie. Schön, dich kennenzulernen. Oh, wie peinlich. Lass los. Warum bist du so klebrig? Ist das ein Netz? Oh nein. Beherrsch dich. Oh hallo. Lass uns auf das Netz verzichten. Okay, kommt schon. Aber nehmt zuerst eure Masken ab. Okay? Keine Akne. Alles ist gut. Eine Spinne. Ich muss ein Foto machen. Das ist urkomisch. Lässt du uns also rein? Mit so einem Gesicht? Auf keinen Fall. Ich habe dir gesagt, wir müssen zwei Masken aufsetzen. Ich glaube, ich bin hier das dritte Rad am Wagen. Mr. Buzz. Oh. Aua. Du hast wohl nicht mit mir gerechnet, was? Du schon wieder? Brauchst du Hilfe? Danke. Das ist sehr lieb. Ähm. Du kannst loslassen. Auf keinen Fall. Komm mit mir. Hey. Wo sind wir? Keine Sorge. Es wird dir gefallen. Hey. Was hast du vor? Niemand wird sich mehr in den Weg stellen. Das ist besser. Ja. 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 Okay, stopp. Das Spiel ist vorbei. Tschüss. Verlierer. Wie kannst du es wagen. Du bist hier der Verlierer. Es reicht. Und mach deinen Atem frisch, Mädchen. Was? Willst du mich verarschen? Komm schon. Ich denke, du kannst es herausfinden. Okay. Nur eine Sekunde. Oh. Ich habe Glück. Lass es uns für den Nachtisch aufheben. Was mache ich hier? Zeit zum Beißen. Oh. Schau mal. Was ist das? Wo? Ich sehe es nicht. Und es wirst du auch nicht. Sag tschüss. Sie ist so ein Zappel, Philipp. Jetzt kannst du nicht mehr weglaufen. Oh. Komm schon. Ich kann das nicht. Genug. Oh. Ich habe eine Idee. Das Wichtigste ist, nicht erwischt zu werden. Ich glaube, es hat geklappt. Zeit zu gehen. Was sollte ich denn sehen? Wo ist die Sekretärin hin? Hat sie mich also ausgetrickst? Es hat geklappt. Keiner klebt mehr an mir. Außer dem Seetank. Danke, Mülleimer. Das Ziel ist der Boss. Wer das wohl ist? Puh. Das war knapp. Oh. Hm. Das Ding habe ich schon mal gesehen. Komm raus. Auf keinen Fall. Ich werde nicht nachgeben. Ah. Sie ist es wieder. Zeit diesem Emporkömmling eine Lektion zu erteilen. Mal sehen, wie dir das gefällt. Du steckst in großen Schwierigkeiten. Eine Knoblochgranate. Komm schon. Tum, tum, tschick. Hey. Hör auf. Ich hasse dich. Oh. Ich habe solche Angst. Hey. Was ist das für ein Geräusch? Vielleicht unsere neuen Kandidaten? Lass mal sehen. Bitte komm rein. Oh. Endlich. Ich habe ein Geschenk dabei. Mag der Chef Süßigkeiten? Ein guter Ansatz, aber alle Süßigkeiten sind verboten. Der Chef achtet auf seine Figur. Also weg mit den Leckereien. Ich hab's. Aber niemand wird vermuten, dass ich Süßigkeiten habe. Ich bin gut vorbereitet. Mal sehen, was du dazu sagst, Boss. Wir können gehen. Ich bin bereit. Werde ich bestehen? Oh ja. Komm rein. Der Chef wartet. Oh. Ich muss auch los. Hallo. Ich habe eine Überraschung. Okay. Was hast du? Schau mal. Oh wow. Was ist das? Süßigkeiten? Ich habe eine Idee. Was hat er vor? Die wichtigsten Regeln im Geschäft sind kein Zucker und ein gesunder Lebensstil. Was? Hey, was? Süßigkeiten? Ist das wirklich ein Schal? Ups. Ich bin in Schwierigkeiten. Was ist da? Dieser Geruch. Ähm. Hm. Natürlich die Donuts. Was? Du wolltest essen? Dann iss alles. Das letzte Stück. Perfekt. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Das Bad ist auf der linken Seite den Flur runter. Ich bin gleich wieder da. Oh. Ich bin so satt. Tschüss. Tschüss. Und wie hat sie es geschafft, das alles zu essen? Das ist meine Chance. Wer ist jetzt der Verlierer? Oh. Er ist da. Kylie? Wer bist du denn? Ich habe dich schon mal gesehen. Und das ist das Letzte, was du sehen wirst. Was ist das für ein Geruch? Hä. Ich glaube, du weißt es. Zeit, die Windel zu wechseln. Die Testaufgabe vom Chef. Du kannst anfangen. Oh nein. Eklig. Ich werde es nicht tun. Du hast bestanden. Ernsthaft? Okay. Das ist ein Geschäftsgriff. Willkommen in der Familie. Er hat sie endlich gefunden. Glückwunsch. Die Papiere sind fertig. Ich kann es nicht glauben. Das finde ich auch. Das ist so rührend. Ich muss gleich weinen. Ich habe eine neue Aufgabe. Finde auch die Eltern für sie. Ja, Boss. Mach ich. Danke, Boss. Oh. Und hier bist du, Baby. Hallo. Jetzt ist es deins. Wow. Okay. Komm schon. Jetzt reden wir. Kann ich den ersten Kandidaten anrufen? Ja, sie können reinkommen. Ja, Ma'am. Hey. Der Nächste. Endlich. Was ist? Wohin gehst du? Ladies first. Ich warte schon seit einer Stunde. Warte doch mal. Hier rein spaziert. Hey. Willst du spielen? Ich habe eine neue Spielknete. Die habe ich nur in der Werbung gesehen. Lass uns das mal ausprobieren. Wahnsinn. Es funktioniert. Schau dir dieses blaublütige Huhn an. Cool. Na und? Passt es zu mir? Das Geschenk ist einfach toll. Ich wusste es doch. Aber du musst an deinen schauspielerischen Fähigkeiten arbeiten. Aber ich bin eine gute Mutter. Hör auf damit. Übe an Hühnern. Darf ich dich streichen? Minus eins. Der Nächste, bitte. Jetzt bin ich dran. Genau. Hey. Was ist passiert? Was ist das? Ein Kaugummi? Aber warum ist es hier? Hey. Glaubst du, das ist ein Kaugummi? Nein. Das ist mein Schlüssel zum Sieg. Viel Glück. Was ist denn mit dieser Tür los? Ich glaube, ich habe zu viel Kleber benutzt. Ich hätte sie schließen sollen. Der Schlüssel kann auch die Türen abschließen. Aus dem Weg. Verlierer. Ciao. Hey, vorsichtig. Hallo. Erzähl mir von dir. Oh ja. Wir wollen alles wissen. Wo soll ich anfangen? Siehst du diesen Apfel? Ich werde ihn verschwinden lassen. Tada. Das ist lustig. Meinst du? Ein Apfel ist leicht. Aber ein Fisch. Oh. Zum Trick. Es ist weg. Hast du das schon mal gesehen? Wow. Das ist ja cool. Und jetzt der Kuchen. Ist er hierher gekommen, um zu essen? Das ist keine Bibliothek. Tschüss. Nein, bitte. Oh, ich werde sehen, wer der Nächste ist. Okay. Es war Huggy Wuggy. Und vor ihm Mami Long Legs. Toll. Nies schon. Hatschi. Oh Gott, segne dich. Lass mich helfen. Die Namen sind alle weg. Lasst uns den Fall aufklären. Hier sind die Porträts. Interessant. Sollte das so sein? War sein Name Kissimissi? Das glaube ich nicht. Okay, dann tauschen wir sie aus. Vielleicht so? Nein, das ist wieder falsch. Warum können sie nicht alle Johns sein? Leute, helft uns mit den Namen. Schreibt in die Kommentare, wie sie heißen. Pikachu ist da. Komm her. Ich bin fertig. Magst du Popcorn? Denn mit mir kannst du die Mikrowelle vergessen. Halt dir einfach die Ohren zu. Es wird laut sein. Okay. Assistentin. Natürlich, Chef. Pikachu. Hilf dir selbst. Okay. Lass es uns probieren. Hm, es ist so lecker. Cool. Oh, ich bin so glücklich. Aua, das tut weh. Wolltest du mich gerade verletzen? Was? Natürlich habe ich das nicht. Puh. Was ist das denn? Das ist bestimmt kein Popcorn. Wie erklärst du dir das? Bitte, es ist ein Missverständnis. Nein. Auf Wiedersehen. Was ist mit dem Knopf los? Was? Ist es nicht das, wonach du suchst? Ich danke dir. Der Nächste, bitte. Ah, hier bin ich. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Hallo, Leute. Erkennt ihr mich wieder? Ja, du kommst gerade noch rechtzeitig. Wow, eine coole Reaktion. Ich weiß, Kinder lieben Zuckerwatte. Wie wäre es mit Watte? Ich werde der Erste sein, der sie probiert. Ich will auch. Ups, das wollte ich nicht. Spider-Sense, wo warst du? Ah. Äh, naja, das passiert doch jedem Mal. Wir rufen dich zurück. Der Nächste, bitte. Hallo nochmal. Ich habe gehört, du liebst Spielzeug. Hier ist es. Assistentin. Ich danke dir. Interessant. Schauen wir es uns an. Scotty ist ein ziemlich seltenes Spielzeug. Wenn das eine Fälschung ist, sag es uns jetzt. Ist das alles? Danke, auf Wiedersehen. Und wer ist hier so rotzfrech? Oh, Kylie? Schon wieder? Tut mir leid, Babychef. Der Nächste. Was? Ah. Klopf, 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 klopf. Guten Tag, ich brauche das Spielzeug. Okay. Das hier? Kein Ball, ein Spielzeug. Meinst du das hier? Nein. Guckst du? Ich zeige es dir jetzt mit meinem Finger. Das. Na klar, kein Problem. 150 Dollar. Ein toller Preis. Ich nehme es. Also hier sind 100. Ist das eine Spinne? Auf keinen Fall in der Nähe des Tresors. Es ist kein Diebstahl, wenn man alles dem Besitzer zurückgibt. Wo ist die Spinne? 150 Dollar. Super. Vielen Dank für deinen Einkauf. Großartig. Tschüss. Ich bin wieder da. Schau mal, was ich habe. Willst du mal probieren? Eigentlich nicht. Schau mal, wie viele Lutscher ich habe. Wow. Babychef. Der Arzt hat gesagt, du darfst deine Chopperchops essen. Ja. Schon wieder? Ich habe Hunger. Kylie, hast du Mittagessen mitgebracht? Natürlich, Ma'am. So lecker. Und was zu trinken? Hm. Immer in meiner Tasche. Na dann, guten Appetit. Danke, ich brauche es wirklich. Schau, du hast geantwortet. Okay, passen jetzt alle Schilder? Gib mir eine zweite Chance. Ich hatte nicht genug Zeit, um dir all meine Fähigkeiten zu zeigen. Du magst doch Kunst, oder? Oh. Keine Bewegung. Hm. Okay. So. Einfach perfekt. Sowohl Licht als auch Form. Perfekt. Es geht definitiv um mich. Ist es fertig? Nur noch ein paar Handgriffe und... Fertig. Sieh es dir an. Was denkst du? Oh nein, wer ist dieses Monster? Was? Das wirst du bereuen. Hey, was ist mit der Grube? Warte doch mal. Huggy, komm zurück. Der Chef will dich im Büro sehen. Bitte. Es ist nur für eine Minute. Siehst du? Und du wolltest es nicht. Geh nicht weg. Chef, es ist erledigt. Danke, Kylie. Auf Wiedersehen. Nein, bitte. Das ist besser. Weißt du, Kylie, lass uns dieses Bild als Erinnerung an ihn behalten. Hm. Oh, toller Platz dafür. Du wirst die Kandidaten erschrecken. Puh. Kylie, liegt das nur an mir oder ist der Stuhl jetzt niedriger? Ich bringe das gleich in Ordnung. Hier sind deine Kissen. Und ich dachte, ich würde wachsen. Willst du einen Trick? Er heißt ein Auge hier, ein Auge da. Ist das die Schlange für den Optiker? Unheimlich. Was meinst du, Kylie? Wow. Wow. So unhygienisch. Ich habe bestanden. Nein, tschüss. Hey, was ist denn mit dem Knopf los? Moment mal. Vielleicht etwas mit der Schnur? Tschüss. Das war dein Fehler. Du wirst es später bereuen. Das werden wir sehen. Hallo. Ich bin's wieder. Erinnerst du dich an mich? Holst du wieder ein Spielzeug? Ja, das da in der Ecke. Ein Play-Dr. Drillen-Fillset. Ha. Hast du den Preis gesehen? Du hast nicht genug Geld. Mach dir keine Sorgen um Geld. Ich bezahle alles. Dann werde ich ein Set kaufen. Psst. Es geht nicht ums Geld. Ich bin sicher, du hast einen ganzen Haufen davon in der Kasse. Ich bin fast da. Ich glaube, ich kann sie spüren. Komm schon. Oh, das war unerwartet. Ja, noch ein bisschen mehr. Hab ich dich. Wow. Was war das? Ich werde mich beschweren. Es tut mir so leid, aber die Polizei hat unser Beschwerdebuch mitgenommen. Und was brauchst du? Ein Play-Do-Dr. Drillen-Fillset. Das ist das letzte hier, Ma'am. Ich halte das nicht mehr aus. Ich glaube, das ist es, was du brauchst. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Wow. Ein Play-Do-Dr. Drillen-Fillset. Davon habe ich geträumt. Lass uns nachsehen, ob alles da ist. Wow. Ist das eine erweiterte Ausgabe? Schauen wir mal. Ich glaube, das ist zum Zähne-Machen. Nicht schlecht. Es funktioniert. Jetzt füllen wir den Kiefer aus. Wofür ist das? Ah, ich hab's. Vielleicht sollte ich meinen Beruf wechseln. Okay. Was hast du noch? Malst du gerne? Ich liebe es einfach. Bis jetzt bist du der beste Kandidat. Wirklich? Dann kann ich mit der Adoption rechnen. Wirst du mir helfen? Nein. Der Chef trifft alle Entscheidungen. Tja. Und du passt nicht rein. Aber danke für die Tafel. Das ist aber nicht fair. So ist das Leben. Was ist das? Ich werde es selbst tun. Hey. Was meinst du da? Darf ich mal sehen? Oh, ich bin's. Cool. Hallo. Kann ich eine Adoption bekommen? Ja klar. Wir müssen nur die Dokumente prüfen. Oh, das ist so süß. In Ordnung. Du kannst hier unterschreiben. Endlich. Wow. Fertig. Wie findest du es? Gefällt es dir? Was für ein Albtraum. Sie ist ein Ungeheuer. Ich werde den Vertrag kündigen. Willst du spielen? Nein. Bitte. Ich löse den Vertrag auf. Was? Kein Grund zur Sorge. Aha. Du hast versagt. Nein. Pikachu. Was? Versuch weiterzukommen. Willst du mich verarschen? Kylie, der Knopf. Tut mir leid, Pikachu. Hier, Chef. Chumchick. Ah. Vielleicht habe ich dieses Mal Glück. Geh mir aus dem Weg. Sie nennen mich sogar Mami. Ich bin eine ausgebildete Lehrerin. Lass mich das machen. Ich bin die beste Kandidatin. Hey, Chef. Zeit für Plan B? Großartig. Darauf habe ich schon lange gewartet. Ein Tanzwettbewerb. Was? Siehst du mich überhaupt? Ich gehe jetzt. Verlierer. Tschüss, tschüss. Jetzt sind nur noch wir beide übrig. Das heißt, niemand wird dir helfen. Ich tanze, tanze, tanze mit meinen Händen, Händen, Händen. Okay, alte Frau, du bist dran. Das bringt Unglück. Ich wollte diesen Tanz benutzen. Hey, das wirst du bei TikTok nicht sehen. Gott sei Dank. Oh, ich habe mich noch nie besser gefühlt. Das ist so lustig. Kylie, bitte blamier mich nicht. Oh, tut mir leid, Chef. Okay, Clowns, raus. Ihr nehmt mir mein Kind nicht weg. Ich habe meine Wahl getroffen. Kylie, geh weg. Was, Schätzchen? Ich habe schon so lange auf dich gewartet. Da ist sie ja. Matisse, ich brauche ein Autogramm von dir. Mit Vergnügen. Danke. Auf Wiedersehen. Okay, lass uns gehen. Was ist passiert? Werde ich wirklich eine Schwester haben? Baby, aber ich bin noch nicht einmal schwanger. Ich glaube, es wird nicht so bald passieren. Ich weiß. Wenn ich richtig gerechnet habe, kann ich auch allein eine Schwester bekommen. Vertrau mir, Mama. Mein Projekt ist fast fertig und ich werde endlich einen Freund haben. Ich hoffe, alles klappt. Wie geht so viel rauf? Oh, hallo, wunderschön. Hallo. Komm schon, wir haben viel zu tun. Ich hätte mich nicht mit Thing streiten sollen. Papa, wie wäre es mit etwas Taschengeld? Ja, natürlich, Süße. Hier, bitte sehr. Ich danke dir. Viel Spaß. Kinder sind teuer. Wow. Papa, kann ich etwas Geld haben? Aber ich habe dir doch gerade... Okay, aber nur, weil ich dich so sehr liebe. Puh. Schatz, ich brauche ein bisschen Geld. Natürlich. Das ist alles, was ich habe. Es ist nicht genug, aber okay. Ich habe nichts mehr. Hey, jetzt ist ein Familientreffen. Eins, zwei, drei. Alles scheint zusammenzupassen. Oder... Haben wir zwei Wednesdays? Er wird uns eine Weile nicht stören, Mädchen. Lass uns spielen gehen. Ich bin so glücklich. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Ich kann... Essen, essen. Hier ist ein gesundes Frühstück. Oh nein, gesund ist scheiße. Das ist eklig. Aber Vitamine. Oh, Kinder mögen keine Vitamine. Aber Kinder sind leicht zu täuschen. Diese magische Maschine verwandelt Essen in Flüssigkeit. Einfach alles eintauchen und einschalten. Und jetzt werde ich diese Formen in Form von Gehirnen füllen, um meine Töchter schlau zu machen. Das wird Ihnen sicher gefallen. Yeah. Was hast du? Nicht gucken. Ich werde dich kriegen. Mädchen, warum esst ihr nicht etwas? Wow, Köpfchen. Mein Favorit. Lecker. Ich liebe es. Kühl. Ja, ja. Jetzt sind wir Zombies. Mama, schau mal. Wir sind Zombies. Oh, wie gruselig. Ich kann es nicht tun. Machst du es falsch? Ich habe alles versucht. Es ist kompliziert. Versuch es, wenn du so schlau bist. Ich würde gerne. Moment, es gibt nur zwei Farben. Schwarz und Weiß. Hey, hallo. Weißt du, welche Farben auf einem Rubik's Cube sein sollten? Bitte sag es uns unten in den Kommentaren. Wir können es nicht herausfinden. Aua, blöde Legos. Ich habe dir doch gesagt, du sollst sie nicht herumliegen lassen. Das ist unerträglich. Wie schwer kann es sein, alles wieder zurückzustellen? Au, was ist das? Wenn das ein Streich ist, ist er außer Kontrolle geraten. Ich halte das nicht mehr aus. Magisch weiche Hausschuhe. Das ist die Lösung. Au. Au, au, au. Meine Füße. Aha. Das ist völlig unangemessen. Oh. Coole Hausschuhe. Die will ich haben. Süßigkeiten. Ich liebe Süßigkeiten. Mh, lecker. Abgeordnet. Haben wir wirklich nichts mehr? Wir werden in Schwierigkeiten sein. Oh, ich weiß. Neue Süßigkeiten machen. Tolle Idee. Okay, ich bin dabei. Das wird ein Spaß. Ja, etwas Kakao. Und einige Würmer. Cool, das sieht richtig aus. Papa kommt, wir müssen uns verstecken. Oh, diese leckeren Bonbons. Iss eins, wenn keiner hinsieht. Hm, lecker. Das ist Magie. Ich kann nicht glauben, dass er es gegessen hat. Äh. Hm. Eine neue Füllung. Oh nein. Das gefällt mir. Oh. Ich kann noch eins haben. Das merkt keiner. Komm schon, mach ein Foto. Oh. Hallo, Schatz. Schau mal, was einer der Wednesday-Schüler gezeichnet hat. Sie sind erschrocken. Ich hab's. Ich werde mit ihm verhandeln. Ich werde ihn mit meinen bloßen Händen zerreißen. Warte nur. Ich bin stolz auf uns beide. Wie lange noch? Er ist schon seit einer halben Stunde da. Ich schlafe gleich ein. Okay, ich werde es selbst herausfinden. Äh, ich verstehe es nicht. Was ist denn hier los? Wem sagst du das? Das ist urkomisch. Nun, du bist lustig. Oh, Schatz. Könntest du mir erklären, was hier los ist? Er ist kein Ungeheuer. Hagi und ich haben zusammen im Irak gedient. Operation Wüstensturm. Wir waren beste Freunde. Er hat mir das Leben gerettet. Warum stellst du mir nicht deine schöne Frau vor? Ja, natürlich. Ich bin Hagi. Ich will dir nicht in die Quere kommen. Nein, hau ab. Du kannst nicht unter dem Bett meiner Tochter wohnen. Aber Schatz. Okay. Oh, hallo, Thing. Thing, kannst du mich hören? Hey, bist du am Leben, Mann? Thing. Oh, nein. Nein, nein, nein. Ich werde dich retten. Steh auf, komm schon. Ich werde dich nicht sterben lassen. Thing. Ich weiß, dass du mich hören kannst. Hey, komm mir nicht in die Quere. Siehst du, ich rette hier ein Leben. Lass das. Ich mache das. Hey, was ist denn hier los? Ich liebe es. Es funktioniert so gut. Oh ja, das wird reichen. Ich habe wirklich an einer zweiten Garnitur Kleidung gespart. Hey, genug. Es ist mehr als genug. Es muss kaputt sein. Oh, das ist definitiv nicht der Plan. Hallo. Du bist ich und wer bin ich dann? Gomez, komm her, bitte. Hm. So schön. Vielen Dank. Schöne Jacke. Nein, wähle entweder mich oder sie. Okay, Lady, geh wieder rein. Okay. Sie ist weg. Ich liebe dich. Und wenn das der Klon ist? So, so. Am 10. ist Wednesdays Geburtstag. Schatz, was schenken wir ihr? Ich weiß nicht. Lass uns sehen. Wow. Ja, nehmen wir es. Magst du unser neues Video? Dann like es, abonniere es und klick auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.